Kann man Auto-Loot eigentlich irgendwie ausstellen oder hat man generell immer Auto-Loot an? Oh, relax, Bug. Oder ich lag ja einen zum Beispiel. Nee, du lagst ziemlich sicher. Achso, da kann man einfach weiterlaufen. Hupsala. Ja, kann man hier. Kann man im Großen voll machen, mache ich in der Regel hier. Oje. Ich habe einen Witz aus divine clips ab Pik, aber das hat nicht. Oh, mal. so mein lieber boss bitte troppe mal was zweites hier habe ich gehört oh der ist ja lustig aus der verwandelt uns und wir müssen ja nicht kaufen so was müssen so was müssen wir da jetzt machen kochopfen unter den fächern ach so ich habe keinen mehr doch okay es wird dann einfach oje ja hat ein leo i-tank fast zenten reingerufen das ist eine deal reinstellen ja könnte ich muss ich wusste nicht aber wenn du so bitte kommen und ich wieder nicht ich war ja klar lauter lalas außer einer offline ist der totale außenseiter gerade schön amulett of casting ich will doch einfach nur den hut ist das so viel verlangt dass ich den scheiß hut krieg offenbar schon einer muss sie auf die kinder aufpassen das ist übrigens lustig darüber fliegen ja kannst du stehen bleiben da ist ein bisschen mehr aua damage hier muss ich mich jetzt anstrengen ja solltest du für was wenn jeder so denken wird wie du ja gut hier war das ist ja mein grundfunktion kann bei der träger nicht das tut er mich klebt mich ein bisschen so in den hintern beißen Oh, okay. Die Katzen gucke ich jetzt. Also nicht pullen, bitte. Alles gut. Das ist Sunglass, dude. Sunglass, dude. Ich weiß, dass eigentlich keine Sonne vorlaufen wird. So, außer so. So, let's go. Warum gibt es eigentlich kein Brot mehr? Oh mein Gott, okay, ja, ähm. Ist das überhaupt nicht nötig? Nein. Ja, das sagt man doch weiter weg, oder? Ja. Du kannst dich weiter, weil du nicht unterfallen kannst. Sieht so aus. Du kannst auch nicht. Ich weiß nicht. Das ist auch so. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, sonderlich komplex ist der jetzt aber auch nicht, ne? Ich mach grad Blackmatch-Cosplay, wo eigentlich der andere Blackmatch hier auch vielleicht Blackmatch spielt. Aua! Holy shit! Easy! Close! Zwei Bosse werden 1 zu 1 aus A-Ring in Shadowbringers übernommen. Hier hast gar nicht gott um so viel in die ganze Zeit. Was hab ich? Äh, was soll ich sagen? Nein, hab ich nicht. Dann krieg ich drauf, wenn du sie haben willst. Warte kurz. Warte, da ist... Ich guck grad die Cutscene. Das war irgendein Typ. Ach so, das handlässt du. Du meinst den aus Alami... äh, aus... Kugane? Kugane, ne? Ja. Hm. Du wirst doch keinen schweren Boss finden außerhalb von Savage und X-Modes. Das ist irgendwie enttäuschend. Irgendwas... Scala-Hosen der Heilung. Wir sind aber... Das ist eh alles schlechter als mein Zeug. Außer... Meinst du für Glamour? Ich wür... Ja, ich würd's für Glamour nutzen. Ja, nimm's. Ne, nimm's. Passt schon. Gebiere. Warte, ich hab dann... Jetzt hab ich das Scala-Set für Healing. Hab ich vollständig. Aus Alabastia. Ich könnte mich dann schnell nochmal machen, gefühlt. Das ist okay. Ja, das können wir sicher... Ah, warte, Katzin. Ja. Da tut sich ein Loch auf. Ah, Alphina. Das ist der Glamour-Dungeon. Gibt's da so viele gute Glamour-Zeug? Ja, da gibt's richtig geile... Ich kann's dir gleich zeigen. Ich geh mal wieder an die Masse-Oberfläche. Hi. Alles ist noch enttäuscht. Ich bin natürlich ein bisschen derger schauen. Ah. Es scheint, dass beide unsere Parten hier leden. Sehr gut. Nix für Tank gedroppt, ne. Wir spenden zusammen zu viel Zeit, fliehen Fienden, horrid und numerous. Wie viel... Ist halt in anderen Spielen nichts anderes, wenn man Content nicht hinter Grind verstecken will. Wie gesagt, das Spiel ist viel zu leicht außerhalb von der Savage-Teilen, weil ja jeder die Story spielen soll. Ja. Stimmt, ja. Jeder sollte die Story spielen können. Eigentlich ist es ein sehr ähnlicher Ansatz wie WoW dann. Achso, äh... Okay. Ich kann grad nicht glamourn. Ich muss hier noch schütteln. Ja, kannst du im Discord verlinken. 5. 2. Oder du kommst kurz nach Hulda? Was? Oder du kommst kurz nach Hulda? Ja, kann ich auch. Nach der Kart-Sinn halt. Oh, ich kann nicht warten, um den Blick auf Lisa's Gesicht zu sehen. Danke, dass du in mich glaubst. Glamour Blade Link sollte ich noch haben. Wo hab ich denn den Glamour Blade Link? Trotzdem failen Leute bei bestimmten Prüfungen in Shadowbringers. Ja, das wundert mich aber nicht, ne? Oh Leute, hab ich doch nicht gehört. Leute werden immer irgendwo failen. Ich hab eigentlich meinen Glamour Blade, dann mach ich schon. Hab ich deine gelöscht? Was? Ich mein, nicht umsonst gibt's in Super Mario ne Funktion, die das Spiel quasi für dich spielt, ne? Seit, keine Ahnung, seit den Wii U-Versionen, glaub ich? Oder Wii? So, Hulda hast du gesagt. Hulda, ja, ich komm gleich wieder. Ich schau nur... Nach Hulda, Alter. Was war Hulda? Nald Kreuzung, oder? Ah. Äh, Kreuzgang. Ich sag nur TPS-Check und Leute, die können TPS machen. Ich weiß auch... Ich weiß auch... Ich hab bei dem Boss jetzt grad so an die 3K, das ist okay, oder? Boah, eh klar. So, wo stehst du in... Äh, ich bin grad kurz in meiner... Äh, in meiner... In... Ich tu grad nur die Glamour Blade machen. Ähm... Weil wie gesagt, ich hab die für den Healer, ich hab die für die, äh, Arzibat, etc. So, aber dann... Safe. Yes. Fly. Okay. Come on. Wie viel HPS sind eigentlich... Also, gibt's da auch so einen... Threshold, wenn man sagt? Das ist... Nicht wirklich. Aha. Solange... HPS ist gut, wenn keiner stirbt. Ja, 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 ja. Warte, einfach... Einfach geradeaus noch rumrennen. Ich komm grad zu dir zurück. Die Zahlen wurden mit Shadowbringers abgetreten. Je weniger, desto besser HPS. Ja, das ist... Das ist... Wie gesagt, der Hut fehlt mir halt. Aber das ist halt eben der Buddy. Ah, ja. Okay. Also, kannst du ein bisschen ins Licht gehen? Du stehst genau in dem Schatten drin. Oh, ja, warte. Hier. Ja, ist eigentlich immer noch ne Taylor. Und dann hab ich halt den Hut dazu. Warte. Ja, passt aber eigentlich eh ganz gut, find ich. Ja, ja. Aber wie gesagt, es gibt halt... Es gibt halt den passenden Hut halt dazu, ja. Und es gibt auch das... Ganz als Healer-Set gibt's halt auch noch das Tank-Set, logischerweise. Und die schauen alle nice aus. Okay. Aber das ist eigentlich ganz nice. Du hast jetzt die Hose bekommen, aber die sieht man sowieso nicht, die Hose, ne? Ne, die Hose hab ich eben nicht für DPS. Die fehlt mir nämlich auch noch. Da hab ich einfach grad... Ach so. Das ist eigentlich ganz geil. Das war mal ein Blackfish-Outfit für ne lange Zeit. So, weiter mit der Story. Lass mal wieder in die Baracken reingehen hier. Die Baracken. Ja, ja. Ja, ja. Ja, je weniger... Je weniger HPS, desto besser. Ja, weil die Gruppe weniger Damage genommen hat. Ja, das ist klar, ne? Aber trotzdem, also... Ist logisch, aber auch in... In WWW zumindest gab's immer so einen Threshold, wo man sagt, ja, das sind jetzt gute HPS, die sollten Heiler schon schaffen, oder... Weil du kannst ja in Feinfeld, also kannst du ja auch nicht jeglichen Damage avoiden, ne? Du bekommst... Unweigerlich Damage. Hin und wieder mal. Heilen ist nicht schwer. Ja. Sekündchen. Ja, ich finde das schon gut aus. Da kannst du nur probieren, das ist nur so zu bereichern und eben... Ja, okay. Probier einfach mal. Probier einfach mal. Geh aus deiner Komfortzone raus und speicher's mal ab, so wie es ist und dann... Mach einfach mal. Gerade ausreichen sollen und dabei nicht zu viel machen, schon. Naja. Das ist halt der Unterschied. Ich hab... Ich hab vom Heiler noch so ein bisschen... Ich mach eh Schaden auch, aber vom Heiler bin ich noch so ein bisschen im Mindset von WWW drin. Gibt halt Kämpfe mit Heelchecks und TPS-Checks. Wenn der Damage nicht reicht, weil... Oh shit, das wollte ich jetzt nicht. Weil der Heiler nur heilt, ist es Mist. Und wenn der Heiler den Heelcheck nicht gegenheilen bekommt... Äh... Ja, oh Gott, ist es dasselbe. Eine verdammt gute Botschaft. Zum Beispiel... Erklär... Zum Beispiel Heelcheck... Ein guter Beispiel für Heelcheck ist... Äh... 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 Okay. Wir haben da was Schönes gefunden. Ja, ich weiß. Ich mein, Titan ist einfach absolut schlimm, was das angeht. Aber ich mich nerf, warum... Warum ist das meine Trigger-Problem? Das stört mich ein bisschen. Ihr habt wirklich den legendären Schatz von König Feoderic entdeckt. Nach dem, äh... Haben doch schon ganze Scharen von Glücksrittern gesucht. Das ist ja wirklich eine großartige Nachricht. Wenn man schon Feoderics Gräueltaten nicht rückgängig machen kann, so soll doch wenigstens sein Reichtum die Armut in Alamigo lindern. Natürlich nur, wenn das auch in deinem Sinne ist. Selbstverständlich. Wir haben die sicherste Route zum Schatz auf einer... Äh... Auf einer Karte verzeichnet. Damit sollte es ein leichtes sein, ihn zu bergen... Besorgen... Bergen. Vielen Dank. Ich werde dafür sorgen, dass eure Mühen nicht umsonst waren. Danke. Ich wusste ja gar nicht, dass Drown City of Scala ein Story Dungeon, also ich hab's komplett vergessen. Wenn es erlaubt ist, würde ich gerne noch einen weiteren Vorschlag machen. Vielleicht könnten wir Alfinau damit beauftragen, konkrete Hilfsmaßnahmen auszuarbeiten. Das Geld sollte sinnvoll investiert werden, damit die Armut langfristig bekämpft werden kann. Ich bin leider nicht besonders gut im Planen, aber Alfinau hat schon mehrfach weise Voraussicht bewiesen. Ein guter Vorschlag, da stimme ich zu. Wenn der Bund ein externes Gutachten anfertigen könnte, wäre das sicherlich hilfreich. Ich sehe nichts, was dagegen spricht. Kommandant Lys, ein Notfall. Beruhig dich erstmal, was ist vorgefallen? Aufgebrachte Bürger haben sich versammelt. Sie wollen mit der Führung der Befreiungsarmee sprechen. Der Führung. Die Stimmung ist aufgeheizt, ihr müsst sofort kommen. Da haben wir jetzt eine Hexenverfolgung hier im Start. Was passiert? Niemand lässt sich über Fedorla Es ist wahr, dann? Die Scheiße ist wirklich da drin? Ich wusste es, ich wusste es Wir demanden Vengeance! Bringt sie raus! Heute wir die Butcher! Komm schon, du sagst das nicht! Wir wären gar nicht besser als die Imperials, wenn du alle nur aufhörst! Aufhörst du aufhörst! Aufhörst du aufhörst! Das Monster und die Scheiße verdammten Scheiße hat meinen Mann aus unserem Haus und hat ihn in der Straße gebeten! Ich und mein Vater! Die Scheiße hat genug Blut zu füllen! Wir wissen alle ihre Schulden! Sie ist ein Trailer und ein Mörderer! Wie viele von Ihren Resistenz-Frienden haben sie in ihren Händen gebeten? Und hier bist du, sie zu retten! 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 Von den großen thôien!